Der am häufigsten auftretende Integrationsbereich ist eine Kreisfläche um den Koordinatenursprung mit Radius Groß R. Der erste Schritt bei jeder Substitution ist erstmal aufzuschreiben, wodurch wir denn die Variablen x und y ersetzen wollen. Und bei einem Kreis, da bietet es sich einfach gerade an, die Polarkoordinaten zu benutzen. Das heißt, jedes vorkommende x zu ersetzen durch Radius mal Cosinus vom Winkel und jedes vorkommende y zu ersetzen durch Radius mal Sinus vom Winkel. Warum diese Polarkoordinaten hier gerade so super sind und was es hier eigentlich macht, diese Transformation, und wie das Ganze eben aussieht, wenn der Mittelpunkt nicht im Koordinatenursprung liegt, das schauen wir uns gleich an. Erstmal Schritt 2 bei jeder Substitution. Da haben wir gesagt, jetzt kümmern wir uns um diese Differenziale. Dieses db oder ausgeschrieben dx dy, das können wir jetzt ganz einfach ersetzen durch diese Funktionaldeterminante, also Betrag der Determinante der Jacobi-Matrix und dann noch die Differenziale unserer neuen Variablen, also dr und dphi. Das Schöne ist, wir haben uns diese Jacobi-Matrix zu dieser Substitution schon in einem anderen Video angeschaut, kannst gerne nochmal selber drüber nachdenken, da kam gerade der Radius selber bei raus. So, und dieses dt haben wir gesagt, das ist einfach nur die Kurzform für dr und dphi. Wichtig sind noch die Begrenzungen für unsere neuen Variablen, denn manchmal interessieren wir uns nicht für den gesamten Kreis, sondern nur für kleine Ausschnitte. Und das können wir ganz einfach mit r und phi steuern. Wenn wir beispielsweise den gesamten Kreis meinen, dann sprechen wir doch davon, der Kreis beginnt bei 0 Grad, also vom Winkel her, bis hin zu 360 Grad. Das ist eine komplette Drehung, also unser gesamter Kreis. Das würde bedeuten jetzt im Bogenmaß, dass das phi liegt zwischen 0 und 360 Grad, also 2pi. Wenn wir beispielsweise nur den Halbkreis meinen, im zweiten und dritten Quadranten, dann beginnt der Kreis doch hier bei 90 Grad, also bei 1 halb pi, und geht bis 270 Grad, also bis 3 halbe pi. Dann würdest du hier eintragen, 1 halb pi, kleiner gleich phi, kleiner gleich 3 halbe pi. Diese Grenzen hier sind wichtig, denn das hier sind gerade die Grenzen für unser späteres Integral. Aber auch der Radius der Kreisfläche hat einen Einfluss. Wenn wir beispielsweise die gesamte Kreisfläche beschreiben wollen, dann beginnt sich doch der Radius der Kreisfläche, angefangen beim Mittelpunkt des Kreises, also angefangen bei r gleich 0, so lange in jede nur mögliche Richtung auszudehnen, bis wir diesen hauchdünnen Kreisrand, also diesen Kreis mit Radius R erreicht haben. Deshalb ist der Radius der Kreisfläche zwischen 0 und R, wenn wir diese gesamte Kreisfläche meinen. Wenn wir jetzt beispielsweise nur einen plattgedrückten Donut meinen, ja, der hat ja gerade so einen Kreis, so einen inneren Kreis, wobei wir die Fläche nicht meinen, also bei so einem Donut meinen wir nur das Äußere, zwischen diesem kleinen Kreis und dem größeren Kreis, dann würden wir schreiben hier der Radius des kleinen Kreises bis hin zum Radius des größeren Kreises. Das heißt, wir können tatsächlich mit Radius und Winkel dieser Kreisfläche auch genau steuern, welchen Bereich wir meinen. Das Geniale an dieser Substitution mit Polarkoordinaten ist, dass wir jetzt so eine Kreisfläche ganz einfach in so eine Rechteckfläche transformieren können. Siehst du das? Das heißt, dieser Radius der Kreisfläche, der beginnt bei 0 und endet bei R, genauso wie ich es hier eingezeichnet habe, und der Winkel Phi, der beginnt eben auch bei 0 und endet bei 2 Pi. Ja, deswegen haben wir hier dieses Rechteck. Wenn du beispielsweise nur diesen unteren Halbkreis haben möchtest, naja, dann würdest du ja sagen, angefangen bei 180 Grad, also bei Pi, bis hin zu 2 Pi, ja, also dieser untere Halbkreis eben. Damit hättest du nur dieses obere Rechteck. Wichtig ist für dich, dass wir über so eine Rechteckfläche, wobei die Kanten parallel zu den Achsen liegen, unglaublich einfach integrieren können. Das ist der Sinn und auch die Idee hinter der Transformation. Eine Ellipse ist ja nichts anderes wie, ja, ein verprügelter Kreis. Deshalb funktioniert die Transformation hier genauso, wie das, was wir uns eben zusammen zur Kreisfläche angeschaut haben. Das Einzige, worauf du noch achten musst, sind jetzt aber diese maximalen Auslenkungen in x- und y-Richtung. Ja, da haben gerade dieses a und b in Einfluss. Wären a und b jetzt gleich 1, dann hätten wir wieder unseren Spezialfall, den Kreis. Das heißt, drück ruhig mal kurz auf Stop und versuch das Ganze so nachzuvollziehen, wie wir es eben uns auch zusammen angeschaut haben bei der Kreisfläche. Das Einzige, was hier jetzt noch passieren kann, ist, dass dieser Mittelpunkt von Kreis und Ellipse eben mal nicht im Koordinatenursprung liegen. Ist aber auch kein Problem. Stell dir mal vor, der Mittelpunkt liegt bei c und d. Ja, keine Ahnung, 5 und 2 oder minus 1 und 8, wie auch immer. Dann musst du einfach nur noch diese beiden Verschiebungen ebenfalls mit substituieren. Das heißt, das x muss ja jetzt gerade um c-Werte größer sein, um diese Verschiebung wieder auszugleichen. Und das y muss gerade um d-Werte größer sein. Das Ganze würdest du auch hier eintragen, plus c und plus d. Das wird bei dieser Rechnung, ja, auch bei dieser Substitution hier, bei dieser Determinante der Jacobi-Matrix, keinerlei Einflüsse haben. Das Einzige, wenn du nachher substituierst, substituierst, dann musst du natürlich für jedes vorkommende x r mal cosinus plus c und für jedes vorkommende y r mal sinus phi plus d eintragen. Aber das war's. Ein Kreiszylinder ist nichts anderes wie ein Kreis, der flach auf den Boden gelegt und in die Höhe gezogen wird. Nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass diese Kreisfläche, also die Grundfläche des Zylinders, weiterhin in der xy-Ebene liegt. Genauso wie wir es uns auch eben im Zweidimensionalen angeschaut haben. Jetzt kannst du dir merken, dass nur die beiden Variablen zu Polarkoordinaten substituiert werden, die auch, ja, für den Kreis verantwortlich sind. In diesem Fall steht der Kreis in der xy-Ebene, das heißt auch nur x und y werden zu Polarkoordinaten. Es kann aber auch sein, dass der Zylinder auf der xz-Ebene steht und in y-Richtung schießt. Ja, dann würden wir einfach x und z zu Polarkoordinaten machen, sprich x zu r mal cosinus phi und z zu r mal sinus phi. Die dritte Variable, die bleibt einfach gleich. Das sind die sogenannten Zylinderkoordinaten. Die Determinante der Jacobi-Matrix, die ist bei Zylinderkoordinaten genauso wie bei Polarkoordinaten einfach nur der Radius r. Du kannst es gerne mal selber nachrechnen, brauchst du das aber für deine Prüfung nicht. Für die Prüfung lerne es einfach auswendig. Das heißt, wenn du jetzt diese Information hier benutzen möchtest, um so ein Dreifachintegral zu berechnen, wobei der Bereich so ein Zylinder ist, dann setz einfach für jedes vorkommende x, y, z deine Zylinderkoordinaten ein. Für dein Differenzial dx, dy, dz setzt du einfach ein r mal dr, dphi, dz und die Grenzen deiner Integrale, das sind gerade die hier. Für das r-Integral hast du von 0 bis r, für das phi-Integral von 0 bis 2pi, ja, und für das z-Integral eben von 0 bis hin zur Höhe. Es kann aber auch sein, dass der Zylinder nach oben hin durch eine andere Funktion begrenzt wird. Dann würdest du die hier eintragen. Wie gesagt, das schauen wir uns aber alles in den Aufgaben an, die jetzt kommen. Ich möchte dich auch gar nicht mit dieser ganzen Theorie weiter nerven. Wir kommen bald zu der Rechnung. Habe ich auch Lust drauf. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch unseren Klassiker, die Kugel. Ich möchte mit dir jetzt auch gar nicht Schritt für Schritt herleiten, wie denn diese Kugelkoordinaten zustande kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, das bringt dich auch nicht weiter. Sondern du sollst dir nur merken, dass dieser zusätzliche Winkel hier, nennen wir ihn Theta, nicht mehr von 0 bis 2pi läuft, so wie noch das Phi, sondern nur noch von 0 bis Pi. Kannst du dir ungefähr so vorstellen, wenn wir uns diesen Halbkreis hier von 0 bis Pi vornehmen und den einfach 360 Grad um die eigene Achse rotieren lassen, naja, dann kommt da gerade unsere Kugel bei raus. Und wenn du Lust hast, dann überprüf doch gerne mal, dass die Determinante der Jacobi-Matrix von dieser Substitution gerade R² mal Sinus Theta ist. Aber das musst du nicht machen. Merk dir einfach für deine Prüfung all diese Substitutionen, die wir hier in Rot und in Blau aufgeschrieben haben, oder schreib sie dir einfach auf, denn genau das werden wir jetzt auch für die folgenden Aufgaben brauchen.